Oh, da hätten wir das auch schon aufgeschlitzt, das Paket. Mal gucken, wer da drin ist. Natürlich einmal Decepticons und einmal Autobots. Mal sehen, wen wir hier drin haben. Uh, Deluxe Class Decepticon Bersacca. Sehr, sehr cool. Wow, sieht schon sehr, sehr nice aus. Und der Bumblebee ist auch wieder mit dabei. Ja, sieht doch besser aus, als ich gedacht hätte. Auf Bildern ist natürlich immer ein Unterschied zwischen Bildern und, ja, wenn man die Figuren in den Händen hält. Auf jeden Fall ein sehr, sehr nettes Artwork hier vorne. Boah, die Verpackung ist, ja, haben ja schon öfter welche gesagt, dass die Verpackung sehr, sehr gut ist. Und, ja, ist natürlich sammlerwürdig. Und man kann, wenn man alle Teile nachher zusammenstellt, hat man nachher das Artwork, was hier oben drauf ist. Also, ja, ist doch ein schönes Displaystück. Und, ja, freut euch drauf. Reviews folgen. Bin gespannt, vor allem auf dem Burschen hier. Und, ja, ich sag, tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein.